Hey ihr Gletscherspalten-Spalter! Willkommen zurück zu Elden Ring. Geht weiter hier im eisigen Norden und wieder in so einen Mini-Dungeon hier in der Höhle. Ich hab's gewusst, irgendwann kommt wieder irgend so was. Es wird ja langsam echt hammerhart hier so im Norden. Ich dachte es mir schon. Geisterrufer Snagge. Hey, die hatte einfach mal so einen NPC beschworen oder was? Kasse Sache. Das können die Schnecken. Das ist auch wieder ein beschworener Mist hier, ne? Alter Schwede, gibt's noch mehr? Boah, das war aber eine ganze Menge beschworener Viecher. Ist die so krass, diese Schnecke. Das ist ja einfach mal so ein ganzes Fußballteam. Oh, Rüstung der weißen Halme. Böse, böse, böse Schnecke. Rüstung der weißen Halme. Eine Rüstung der weißen Halme, hergestellt aus verbundenen Eisenplatten, stammt von einem der Inaba, den obersten Jüngern des großen Schwertkämpfers Okina. Die Inaba suchten nicht nur nach ihrem Meister, der sie vor langer Zeit verlassen hatte, sondern auch nach einem ehrenvollen Tod im Kampf. Der Weg der weißen Halme führte unweigerlich in den Tod und ist perfekt für die Inaba. Nichts sehnt ein Inaba so sehr, wie durch das Schwert zu fallen. Och. Jeder braucht ein Hobby. Ich weiß nicht, ob ich das so cool fände. Warum wächst hier unten eigentlich so viel Grünzeug? Das kann doch gar nicht sein ohne Sonne. Kann doch gar nicht sein. Und da haben wir ihn. Das ist wieder so ein Apostel, ja. Au. Endlich ist er mal gestaggert, du Schwein. Jetzt stirb. Ich wollte schon sagen, das war es doch nicht. Ich muss nur mehr Zacken die Verteidigung her. Ich muss nicht mehr so gut rein trong. Ich muss nicht mehr so gut sein. Ich muss jetzt werden, dass wir die Verteidigung vornellen. Ich muss nicht mehr so gut sein. Alles klar. Ich habe eine Werteidigung. Ich habe mich gehört. Ich habe es einfach gesagt. Oh, shit. Alter, schweinerhut. Jetzt wollte er wieder rum hier. Ich glaube irgendwie nicht, dass das der Kampf ist. Da muss noch was kommen, Leute. Ich stelle mich auch wieder an hier. Ich habe jetzt echt mal wieder lange nicht gespielt. Was? Eine Statue von Mikella? Ernsthaft? Die verbrotten mich doch, oder? Ist da noch einen langen Weg? Ja, muss. Könntest du ja ewig den Boden suchen, vielleicht. Ey. Was für Brocken. Ja, komm, verschwende ich nochmal so ein. Flop. Okay. Aber wo komme ich dann jetzt raus, bitte, wenn ich hier den langen Weg gehe? Das ist vielleicht einfach nur der ungefährlichere Weg. Im Endeffekt. Ah, nee. Hat mal genau derselbe Weg irgendwie. Das war's. Das war's. Wie gesagt, trotzdem komisch, dass hier keine Statue rumsteht. Einfach so. Au. Wie gesagt, ich bin, dass hier nicht nur ein paar Sachen anります. Ich bin, dass hier nicht nicht mehr so ist. Ich bin, dass hier nicht mehr so ist. Das war's. Und dann wird in der Chatwache. dann mach deinen scheiß halt so eine schöne musik hier ja 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 Oh nein. Okay. Alter. Oh, Schweinebacke. Natürlich ist er nicht vorbei, ne? Du Arsch, Krapfen. Tuch der Götterskalpe und Ritual der schwarzen Flamme. 70.000, oha. Warte mal. Ja, Ritual der schwarzen Flamme. Eine überragende schwarze Flammenanrufung von den Aposteln der Götterskalpe. Beschwört einen Kreis aus schwarzen Flammsäulen um den Zaubernden herum. Durch Aufladen erhöht ihr die Größe des Kreises. Die finstereugige Königin führte die Apostel an und war angeblich eine von den Fingern auserwählte himmlische. Ach so, warte und... Und das Tuch. Hier. Da. Äh. Heiliges Tuch von den Aposteln der Götterskalpe. Besteht aus weicher, zusammengenähter Haut. Angriffsserien regenerieren LP. Die finstereugige Königin wiegt neugeborene Apostel in diesem Tuch. Bald werden sie vom Tod der Götter heranwachsen. Ach. Ist ja richtig geil. So liebevoll. Und so herzlich alles hier. Jeks. Waren die gerade aggro, die Quallen? Finde ich aber nicht cool. So. War ich das? Wahrscheinlich locker, ha? Oh ja. Sehr gut. Bin schon so mächtig. Vom Level her bin ich schon so weit. Einfach. Man kriegt trotzdem noch Fett auf die Hucke hier. Immer wieder. Alter Schwede. Man sieht halt nichts. Muss eh wieder raufkommen. Oh ja. Was? Morial ist der eisige Nebel. Oh, es ist ein Drache. Nicht fährt. Fuck. Woah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut gebrüllt, Tiger Ja Das ist Eis, meine Fresse Mein fieses Eis Langsam Um... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, kommen wir mal alle. Ich hoffe, dass ich immer noch das Rezept kriege für die, diese Eisrohrer da, für die eisigen Rosinchen. Ui, ich geh erstmal hier lang, bevor ich da weitergehe. Erstmal hier gucken, weil ich seh da schon wieder ein Item blitzen da vorne. Ich höre die kleinen Quallen hier, aber die sind alle so friedlich. Ist das eine Kirche? Erste Kirche von Marika, die erste. Oh, die Puppertränen plus elf habe ich jetzt einfach mal. Das ist voll crank. Aber ich meine, mittlerweile brauche ich auch echt fast, fast, haste. Brauche halt echt schon fast zwei Flaschen. Wie viel brauche ich? 122, okay. Aha, aha, aha. So in Zehnen habe ich ja viel. 5000. Alter. Okay. Echt krank. Ich muss aber ehrlich sagen, vom Gebiet her gefällt es mir hier am wenigsten. Dieses Eis die ganze Zeit ist echt ein bisschen bedrückend. Oh. Oh, hier ist noch ein Gefängnis. Oh, hier ist noch ein Gefängnis. Ja, schön, schön, aber ich gehe erst mal hier an den Turm. Ja. Oh, ich treffe ihn. Wow. Ich habe irgendwas getroffen, weiß noch nicht was. Und tot. Und weg. So. Jetzt mal Ruhe hier. Willst du dir ein Rätsel lösen? Ja. Fallender Schnee enthüllt Unsichtbares. Okay. Irgendwas rumstampfen. So, was? Fallender Schnee enthält Unsichtbares. Und weg. Fallender Schnee enthält sich... Da muss doch irgendwann was zu sehen sein, wogegen der Schnee dann schlägt. Was ist denn da unten? Wo der ich da noch nicht war. Geht mein Bestes, aber ich sehe nichts, wo der Schnee gegenschlägt. Aber warte mal, vielleicht hier? Ne. Ist ja auch Eis. Sieht man das hier irgendwo? Ich schaue gerade, aber hier ist nichts, wo der Schnee gegenfällt. Wow, Leute, ich hab's... Ich hab's dir fast gedacht. Guck mal hier, die Brücke, die ist nicht kaputt. Man sieht sie nur nicht. Alter, kein Scheiß. Das ist halt echt eine Brücke hier. Ich pack's ja nicht. Da taucht mir, ist ja auch noch was. Da liegt ein Riese. Okay. Okay, man sieht's halt nicht. Es ist so ein bisschen... Wie war... Als man runtergingen ist zu Seath im Kristallbereich. Da im Kristallreich bei... Maxolz 1. Oh mein Gott. Die haben halt echt hier... Geht das bis ganz rüber? Ja, und man sieht trotzdem nicht, dass der Schnee hier drauf fällt übrigens. Also anhand des Schnees kann man es nicht erkennen, dass es hier... Ah, komm, da oben ist ein Balkon. Der ist offen. Kann ich da vielleicht reinspringen? Ja, ist die Sache. Ach, jetzt seh ich auch den Schnee hier drauf. Okay, keine geheime Wand. Ops. Shit. Okay, geht's hier vielleicht weiter? Nee. Okay, toll. Kann ich mir vielleicht auch mal von den Steinen machen. Oh, ein Glück. Ein Glück kann ich. Das ist ja geil. Ist ja geil. Was mache ich jetzt? Scheiße. Oh, warte. Ich seh's. Seht ihr? Hier, ganz leicht. Rechts im Bild. Ja. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden, Leute. Oh, man sieht den ganzen... Oh, Mann, ist es... Aber echt sehr, sehr, sehr... ...shady, der Hinweis hier. Oh, mein Gott, ist das fies. Ich habe es geschafft. Ketzerischer Turm. Das Siegel des Turms ist aufgehoben. Ja! Sag mal. Kleiner Haufen. Wow, Leute, was war das bitte? Aber es ist aber auch sowas von schwer zu erkennen. Aber gut, dass ich da so einen Riecher hatte, weil hier die Brücke ist ja eingestürzt, wie man sieht. Beziehungsweise ist sie nicht... Das ist einfach nur unkenntlich gemacht worden von dem Zauberer. Von dem Zauberer oder der Zauberin, was weiß ich. Und wahrscheinlich gibt es den Rundspeicher. Oh, nee, was gelbes. Ursternregen. Oh, der Urstregen. Wo ist der Typ? Hier. Bezeugt einer Zeit lang einen Sternenregen. Diese älteste aller Urzaubereien stammt angeblich von einem Astrologen der Antike. Einer wahren Legende unter den Zaubernden. Er schafft eine dunkle Sternenwolke über dem Zaubernden, aus dem sich kurz darauf ein gewaltiger Wolkenbruch ergießt. Diese Zauberei kann in Bewegung gewirkt werden und lässt sich durch Aufladen noch verstärken. Angeblich ist dies der Zauber, aus dem die Schimmersteinzauberei entstand. Durch einen flüchtigen Blick des Astrologen auf die Urströmung nahm die Machtgestalt an und der Bernstein der Sterne prasselte auf dieses Land. Gut, das weiß ich auch nicht mehr, aber... Interesting. Super interessant. Einfach. Also das finde ich geil, dass sie so Sachen hier versteckt haben, solche Rätsel. Auch wenn es jetzt halt echt schwer zu erkennen war, ne? Ah, ne. Ne, ne. Wir stehen den Witz mit den Puppen immer noch nicht so ganz. Ob die überall sind. Immer geradeaus, dann kommen wir erstmal zu dem Kerker noch. Opsi. So, jong. Da gab es Schimmersteinen gespielt. Dem ist ja auch noch was. Wieder diese kleinen Palisadentürme oder was auch immer das ist. Ah, ich brauche die Karte, Mensch. Mit der Karte ging das ja alles viel einfacher. Siegelgefängnis des Fürstenwächters. Fürchtenwächters. Genau. Oh, Ritter. Weit. Der Tafelrundfeste. Ja. Du darfst der Eimer. Alter. Weiks Drachenblitz und Fingerabdruckhelm. Rüsterung, Fingerabdruckstülpen und Beinschutz. Ja. Gut. Haben wir das auch. Wir haben uns mal ganz kurz noch, das wird ein Zauber, ne, Wunder. Ja, wird ein Wunder sein. Weiks Drachenblitz. Verstärkt den Körper und die Waffe in der rechten Hand mit einem roten Blitz. Beschwört einen roten Blitz, um den Körper des Zaubernden und die Waffe in seiner rechten Hand zu verstärken. Verzaubert die Waffe mit dem Angriff der Affinität Blitz und erhöht das maximale Ausdruckgewicht. Verrigert allerdings auch die Resistenz gegen Blitzschaden. Von allen Rittern war Weik der Drachensperr, derjenige, der Lanzerks am meisten liebte. Was? Er liebt in einen Drachen, oder was? Oder ist auch schon ein Radar- und Wappenrock? Ja. Eine von den Fingern versenkte und mit Blasen bedeckte Eisenrüstung, getragen von Weik, dem Ritter der Tafelrundfeste. Kein anderer Befleckter war dem Thron des Eldenfürsten näher als Weik. Jedoch stieg er ohne jegliche Vorwarnung weit unter die Hauptstadt hinab und wurde von der rasenden Flamme versenkt. Oh, das, was wir auch gemacht haben. Graf Weik seine Entscheidung für seine Jungfrau oder hat sie ihn eine andere Macht mit Suggestionen gelockt? Man weiß es nicht, aber ich weiß, dass der Part zu Ende ist und ich beenden werde. Ich danke sehr fürs Zusehen, fürs Liken, fürs Kommentieren und nicht vergessen, wieder reinklicken hier bei Elden Ring, dass ihr seht, wie es weitergeht. Und ich auch natürlich. Danke, tschüss.